Ich denke, ich verrate kein Geheimnis, wenn ich sage, dass das Spiel natürlich ein sehr, sehr wichtiges Spiel für uns im Abschließkampf ist. Das ist klar und deutlich. Es ist ein Spiel gegen einen direkten Konkurrenten, es ist ein Spiel gegen einen Tabellennachbarn und es ist ein Spiel, in dem natürlich Punkte doppelt zählen. Darauf müssen wir uns einstellen in St. Pauli. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass wir ein ganz anderes Spiel zu erwarten haben als letzten Samstag eben auch gegen Bremen. Es werden andere Voraussetzungen sein, es werden andere Bedingungen sein, es wird ein tiefer Platz sein, es wird eine Mannschaft sein, die Kämpferich, die Läuferich, natürlich alles dagegen setzen wird. Es wird ein Abstiegskampf sein, dieses Spiel. Darauf müssen wir uns einstellen, dass dieses Spiel einen anderen Charakter haben wird und unter anderen Voraussetzungen auch stattfindet. Und trotzdem müssen wir uns daran orientieren und muss es unser Ziel sein, viele Dinge, die wir gegen Werder Bremen gut gemacht haben, unter diesen Voraussetzungen, unter diesen anderen Umständen trotzdem mit in dieses Spiel reinzunehmen. Darum wird es gehen für uns. Und das ist auch die Art, wie wir die Mannschaft eben auch auf dieses Spiel vorbereitet haben und auch noch weiter vorbereiten werden. Unser Ziel ist klar, das habe ich nach dem Bremen-Spiel schon gesagt, in dieser Phase oder grundsätzlich im Abstiegskampf ist es einfach wichtig, dass man mal eine Serie von erfolgreichen Spielen eben auch setzt und eine Serie eben auch von Punkten setzt. Das sind ganz wichtige Momente in einer Saison und unser Ziel muss es sein, jetzt nach den vier Punkten, die wir eben aus diesen beiden Spielen geholt haben, weiter zu machen und weiter zu punkten. Mit diesem Ziel fahren wir nach St. Pauli.